Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Broker BinarySend. 60 Sekunden. Mein Starttrade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe 2 bis 5 mal mit dem gleichen Betrag ein. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Drittes Pfund, US-Dollar. Der Kurs müsste allerdings noch steigen. US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Hier steige ich ein. Ich bin jetzt insgesamt 4 mal mit dem gleichen Betrag drin. Aktuell sieht es gut aus. Alle 4 Trades im Gewinn. Der Kurs steigt noch weiter. Denkt an meine Corona-Aktion. Die gilt nur noch bis 31.12. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Wer Interesse hat, bitte in den nächsten Tagen am besten noch heute melden. Ab 01.01. biete ich dieses Privatcoaching nicht mehr an. So, das war es. Alle Trades im Gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.